Höret, höret, aufgeblickt, heute lädt Fürstkreis zur großen Brückenschändung ein. Versammelt die Jungfrauen und beginnet mit der großen Jagd. Geht, Kreis, ekelhaft, die Brückenschändung. Ich glaub, wir müssen die Brücke vor der Schändung bewahren, oder? Ja, das ist, ja, vielleicht, glücklicherweise. Es wird auf jeden Fall heute abgeschändet, hab ich gehört. Oh, guck mal hier im Chat, Aids-Schwert. Schön, schön, schön. Langschwert ist nicht gut anscheinend. So, wir müssen die Schiffe verteidigen, weißt du Bescheid? Ich F-Tennereien, du, damit du Bescheid bist. Erstmal F-Tennereien. Alter, sie beten den Klotz an. Der heilige Klotz. Der heilige Klotze. I like Vagina. In diesem Klotz ist die letzte Vagina der Stadt. Eingemauert. Oh, cool. Wie cool sieht das denn aus? Ui, 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 ui. Alter. Alter. Der gute alte Garden Court. Garden Fort. Unten am Garden Fort. Am Harrison Garden Fort. Harrison Fort Garden, ey. Au, au. Was? Alter, die schieben hier die Karre nicht. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich hab so lange nicht mehr gespielt, ey. Bin total raus. Früher war ich mal gut, irgendwann. Es gab mal eine Zeit, da war ich ganz gut in dem Spiel. Ja, damals. Nutze Left Alt um deinen Gegner an. Ey, jetzt werd ich doch von meinem eigenen Dude von hinten erschlagen. Okay, hat sich nichts geändert, ne? Der Freund ist der Feind. Der Freund ist auch der Feind. Also. Ui, 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 ui. Wo kommen die denn alle her auf einmal? Stehen hier auf einmal zehn Mann. Alter, alter. Die snacken mich direkt hier weg. Alter, das ist eine Snackerei hier. Boah, lecker, lecker Snacker. Guck mal hier. Geh doch mal ein bisschen objective. Was ist denn hier objective? Ja, den Karren verteidigen, yo. Der Karren wird doch geschoben. Von den Gegnern. Ja, und wir sollen uns dagegen stellen, dass er nicht geschoben wird. Ja, aber. So funktioniert das. Wenn ich aber den Karren doch verteidige. Ja, wie gesagt, verteidigen, dass er nicht geschoben wird. Hier rechts leuchtet eine Fahne irgendwie. Boah, was machen die mit mir? Ups. Deil. Was macht der Typ denn hier? Guck mal. Der erobert hier rum. Der erobert schon rum. Hä? Der haben sich schon rüber geschossen. Ja, der haben sich schon rüber geschossen. Ich konnte ihn nicht mal angreifen irgendwie, weil er offiziell gar nicht da war. Oh. Jetzt, ich hab ihn offiziell getötet. Jetzt geb ich mir offiziell eine Banner-Banane. Hier sind offizielle Typen. Alter, hier ein official fertiger Dude. Captain Bart. Captain Bart, Dude. Okay, hier verteidigen. Mach ich direkt mal hier so eine kleine Banner-Fizierung hin. Ey, die shooten sich hier rüber, die Säu. Ist aber egal, wenn er auf dem Boot kriegt, der direkt eine Kelle. Der ist jetzt schon geschwächt. Einen Schlag noch. Schlagsahne, da kommt der nächste. Ja, zack. Ah, so schön hier drin stehen bleiben. Dann drauf. Genau so, Männer. Genau so. Genau. Find's ja witzig, dich hier rüber zu schießen. Lustig. Gibt's Bubbelettes. Haben sie reingeflogen und werden sie gebubelt. Lass den Mann da mal bubbeln. Das ist Shepard. Doktor Shepard? Doktor Shepard? Oh, Vorsicht. Doktor Schlepphahn. Sehr großen. Doktor. Einen großen Schleppi. Bester. Ist ein Lulu größer als meiner? Ja. Okay. Nase kürzen. Nase kürzen. Knoblauch. 500 Kubik Jamaika Room. Nase kürzen, alt. Was für ein Film. Oh ja, hier. Manchester Boy hat sich ausgebeut. Auf die Knie mit dir. Was läuft? Da drüben läuft es. Ich glaube, auf der anderen Seite erobern die. Jetzt nämlich zwei Punkte. Oh. Okay, die machen die andere Seite. Yo. Irgendwie oder was. Ja, anscheinend schon. Das dürfte ja keinen Sinn ergeben, weil hier unten steht ja 12 zu 2 und eben war niemand drauf. Also... Wollen die das dann trotzdem? Jetzt rücken sie langsam durch. Durchbart, der Pirat. Verteidige die Befestigungen. Ich habe die Karte noch nie gespielt. Ich auch nicht. Das ist das allererste Mal. Aber ich glaube, meine alten Skills kehren wieder zurück. Meine alte Skillhose angezogen. Die alte Skillbox. Die erobern, aber wir pushen jetzt auch wieder back. Ich habe gerade back gepusht. Puh, jetzt hat er mich aber. Oh nein. Mate gekillt. Uh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, macht nichts. Das ist das eine Mal. Das tut mir aber leid. Ich halte hier durch. Wir halten den Innenhof. Oh, da kommt ein fetter Felsen. Schön. Fetter Felsen. Vorsicht, fetter Felsen, Alter. Oh, einschaut die Verknallung. Ich sage ja, die machen hier Knallfelsen mäßig. Das war ein Oschi. Ey, 12-0. Müsste doch eigentlich jetzt mal der Balken langsam sinken. Keine Ahnung. Achtung, die schießen hier jetzt voll drauf. Die schießen mit einem Chakalaka-Pult. Mit einem Chakalaka-Pult. Fett Ginger 666. Fett Ginger 666 hat mich erledigt. Achtung, hier versucht sich einer durchzuquetschen. Ach, da ist noch was. Hier vorne ist noch ein Hof. Ja, ich sage, hier gibt es mehrere. Wow, 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 wow. Oh, der ist jetzt verloren. Die Occupion. Sie wollen schänden. Ja, hier wird richtig hart am Innenhof geschändet. Du musst die Schiffe verteidigen. Sonst schänden sie. Alter, wie geil das aussieht, ne? Ja, ja. Sieht richtig geil aus. Jetzt das Update ist nice. Also es sind schöne Karten geworden. Er ist sehr, sehr geil-o. Aber wie gesagt, das spielt sich so ein kleines bisschen different. Ja, ja, irgendwas ist geschändet. Irgendwas haben sie gemacht. Irgendwas ist geschändet. Irgendeine Mechanik wurde durchgeschändelt. Irgendein Schänd-Upgrade. Wie, ist jetzt hier gar nichts los? Wir spawnen ja jetzt erstmal hier. Die müssen jetzt von da vorne kommen. Aber wenn die da einmal durchgebrochen sind und hinten keiner am Schiff ist... Ja, dann ist wieder Action am Jackson. Es braucht nur einer einen scheiß Sprengsatz legen. Ja, eben. Ich brauche nur einer einen scheiß Sprengsatz legen und das Schiff macht Feierabend. Er ist so ein glatzköpfiger Dude. Boah. Rasieren mal ordentlich. Angezündet. Die Glatze gerubbelt. Schön die Glatze rasiert. Es ist wie Röntgenbilder von Quallen anzusehen. Oi, 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 oi. Irgendein Bogenschütze. Ich habe kein Pflaster. Gibt es hier irgendwo Pflaster? Wieso desatieren jetzt auf einmal? Auf einmal desatieren, oder was? Hä? Keine Ahnung. Oh, Mann. Klag aber noch drauf. Doch nicht. Nicht mit mir. Wenn ich schon desatieren... Oh, ich habe es gerade so geschafft. Ich habe mich runtergeprügelt. Jetzt habe ich meinen Banner da oben verloren. Voll ärgerlich. Boah, aber hier Platz zwei. Na also, der Mann war nie weg. Sie kommen auf die Schiffchen. Der Mann war doch nie weg. Und wo kann man überall aufs Schiff? Das ist die Frage. Man muss hier doch so... Oh, was? Alter, was war das eben gerade für ein... Mr. Wonderboom? Hier, der No The Way. Guck mal, da hinten legt schon einer Sprengsatz hin. Am anderen Schiff. Am anderen Schiff, oh Gott. Ein Entschärfer. Irgendeiner durchgeschwanzend. Hast du es? Ja, ja, ja. Da müssen wir Kiel holen. Alter, Kiel holen war ja sowas... Boah, hast du auch diese... Dieser Clip, wo es erklärt wurde, wie das funktioniert hat? In diesem Recommended hatte ich auch so... Ja, ja, wo der Typ das so erklärt hat. Alter, Alter, übel, übel. Von vorne nach hinten oder von der Seite so dieses Schiff gezogen. Alter, das war so übel. Und was alles runterklebt. Alles am Schiff so, diese ganzen Verkrustungen. Hat dir die ganze Haut aufgeschürft. Und wenn du Glück hattest, hast du so... Du bist auf jeden Fall an den Folgen gestorben meistens. Ja, klar, natürlich auf hoher See. Ich meine, da bist du schon an einem Spreisel gestorben. Ja, ja, ja. So crazy. Ich weiß nicht, was mit dir passiert, wenn dein ganzer Rücken aufgeschlitzt ist. Ja, ja. Da sagen die Leute immer, wir leben in der schlimmsten Zeit der Menschheit. Ja, ja. Ja, ja, es ist heute so grausam wie noch nie. Dann geht ihr mal Kiel holen. Freut euch. Oder so eine Kreuzigung, so durch die Stadt getrieben werden mit einer Schandmaske oder so, wenn man irgendwie mittags um zwölf so laut gefurzt hat. Oder Inquisition. Ist ja auch so ein Riesenspaß gewesen. Alter, das gibt's ja nicht. Was ist das denn? Ich bin hier wieder für ein unsterblicher Willi. Ja, hol mich doch hoch. Dankeschön. Warum haben wir so viele AFKler da hinten rumstehen? Keine Ahnung. Aber gerade überrennen die uns. Ja, hier geht's gerade noch. Also ich bleib hier und protekte. Stört mich halt, dass hier keiner ist. Das gibt's nicht. Boah. Ja, okay. Das ist das. Die haben seine Waffe jetzt schneller als meine. Der Fat Ginger. Ja, der ist fies. Das ist Ginger. Ja, der ist... Der hat all die Leiden, die er erleben musste. Die Schiffe und das sieht schon geil aus. Ist schon cool. Die Hühner geschlachtet. Ich hab mir Hühner-Dollarlies geholt. Wir protekten ganz gut die Schiffe, oder? Ja, es läuft ganz gut. Ist gerade nicht so viel los. Die konzentrieren sich gerade alle auf das eine Schiff da hinten. Aber der Spreng... Oh, der Sprengsatz ist der an? Ja, der ist an, aber wurde entschärft. Ich hab mal hier Heilung aufplatziert für die Gang. Höh, mein Banner ist einfach tot umgefallen. Von alleine. Wo will der hin? Wo will der hin? Extra. Das wird Schluss hier. Kommt wieder einer von hinten. Ich sieht Schluss hier sind. Aber wie viele sind das auf einmal? Der Sprengsatz geht gleich hoch. Der Sprengsatz geht gleich hoch. Ja, das Ding ist weg. was hat er für eine reichweite hier mit seinem ultra porno schwer der must crazy ist cool für der wahnsinn eltenhafte musik doch nur 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 2 1 ich bin heute verpflichtet und zerlegt ab vorhin habe ich noch geholt heute jetzt verteidigen zähl los vom von vom Wenn die Nonnen singen, dann weißt du... Wenn die Nonnen singen. Ich hab einen schweren Schlitzer abbekommen. Boah. Boah, ey, nee. Alter. Gerade wird hier ziemlich eskalationsmäßig draufgebimst. Und dann buzzenbimst. Aber hier ist endlich mein echter Brunnen. Oh nein, 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 die Sprengen. Das kann irgendjemand entschärfen. Boah, die sind gut. Die sind gut. Entschärfen hier oben. Entschärfe, Kreis, komm schon. Scheiße, geht nicht. Okay, runter vom Schiff, Männer. Ist verloren. Runter vom Schiff. Wow. Boah. Verteidige das Tor. Oh, jetzt, die wollen ins Tor schenken. Alter, Fett Ginger. Der will mein Tor schenken. Der wills Tor schenken. Ich hatte halt wenig... Das hier, kann man die irgendwie sprengen? Die roten Fässer hier? Nee, nee, die müssen die Fässer reinschleppen. Du bist quasi auf der falschen Seite der Barriere gerade. Ich seh dich da unten. Au, au. Oh nein, das ist ja richtig mies. Ich versteck mich hier. Kannst du dich K drücken? Nee. Müssen erstmal wahrscheinlich die Dinger hier kaputt machen, ne? Ja, ja, die müssen dann durch diese Dinger durch. Hier am Brunnen. Und dann können sie schenden. Mordet am Brunnen. Boah, ey, wieder von hinten und... Ja, steht da nochmal auf. Bin ich immer so ein Bauchschlitzer. Okay, wo landen wir dann? Oh, und am großen Tore. Was hat mich da getroffen? Ah, ich hab ein Speer im Arm. Kann ich hier runter auf den Löwen? Oh, nice. Nice, nice trick, man. Nice trick. Nice lion trick. Oh, nice lion trick, man. Oh, die Barrikaden brechen langsam. Die schleudern da die Fässer drauf. Kann man die nicht zurückschleudern wenigstens? Nee, leider nicht. Kannst du nicht. Irgendwie schade. Das ist irgendwie dumm. Du kannst es nicht aufheben, weil es rot ist. Ui, 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 ui. Aus dem Weg, aus dem Weg. Der Mann muss sich heilen. Ja, Mr. Wonderboom, ey. Mr. Willy Wonderboom. Oh, jetzt bräuchte man halt so ein kleines Pech-Petzlein. Ja, ja. Das wär jetzt fein. Wo bleibt die Verstärkung, Männer? Was hab ich denn als Zweitwaffe? Guten alten Morningstar. Oh nein, da war noch einer von uns. Oh, es tut mir leid, Admiral. Oh, alter, wie sie von hinten reinjumpen. Die haben den Löwenspring gemacht. Richtig, miese Schweine sind das. Captain Wonderboom. Okay, noch können wir sie ein bisschen halten. Ja, das ist gut, weil die haben nicht mehr viel Zeit. Oh, 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 ich brenne, ich brenne, ich brenne. Boah, die versuchen immer wieder, wo über die Seite. Ja, ja, die kommen über die Seite, damit sie so ein bisschen flankieren können. Ja. Hebe den Mann da auf. Oh, jetzt. So ein Endlos-Move. Oh, ich bin gerade bei der Weltlieferung. Und ich bin gerade bei der Weltlieferung. Achtung. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ich bin gerade mit der Weltlieferung. Ich habe dich geholt. Ich bin gerade mit dem Mann, der Schicke mehr. Das war die Sache. Oh, Vorsicht, Mikkelsen. Irgendwas brennt, hier kann man das entschärfen. Alter, ich hab mich jetzt voll zerrissen. Ich hab mir gedacht, man kann es vielleicht eventuell irgendwie entschärfen, aber da ging nix, du. Egal, egal. Drei Minuten, ey, das ist... Heilige das Tor. Alter, wie gut sieht denn bitte schön die Stadt aus, ne? Geil, ne? Es sieht echt gut aus. Voll eine hübsche Karte. Schöne Mikkelsen-Map. Schöne Mikkelsen-Map. Da hab ich direkt meinen Matz rausgeholt. Bist du schön wie der Matz. Du schöner Matz. Du bist ein richtig schöner Matz. Man nannt ihn den schönen Matz. Oh. Oi, 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 oi. Hier wird schon richtig reingeshootet. Dass sie da nicht durch den... Dass der teite Kanal da unten ist. Ja, das ist so ein richtiger Tide-Channel. Ja, oben kannst du ein bisschen besser kontrollieren. Aber warum schlägt mein eigener Mann jetzt wieder auf mich ein? Weil sie erst über die Leiter müssen? Ah, Geil wie Jons. Ach, die kommen jetzt so komisch von oben. Ein bisschen brüllen, wir müssen mehr brüllen. Blabert euch am bunten Banner und vergesstet eure bunten. Oben sind ganz viele rote. Oder oder? Save Skywalker, hab ich ihn erledigt. Niemand wird Skywalker safen. Ach, da hinten ist so einer, ja. Vorsicht. Boah. Ich hab rechts gebannert. Dafür will einer durch. Morito, ich hab ihn erledigt. So, Mr. Wom the Boom. Achtung, geht an der Seite. Läuft ganz gut. Also unsere rechte Seite ist ganz gut gedeckt im Moment. Achtung, hier sprintet einer durch. Guckt ihr euch an. Ein unstoppbarer Sprint, Mann. Unstoppable Sprinter. Is he unstoppable? Just a sprint. Aber unten durch die Mitte kommen sie nicht. Bam. So, hier ist der Ginger. Ausgeplayed. Boah, wie ich aussehe. Total durchgenudelt. Also unsere Seite ist safe hier, ne? Rechts ist safe. Ja, im Moment halten wir es ganz gut. Ich bin hier mit you. Huge Dongoway ist wieder einer. Huge Dongoway ist hier bei mir. Boah. Bambogenschützer hat mich weggelegt. Mick Mixon. Mick Maxelsen. Mick Macklson. Der ist richtig gut. Mick Macklson. Mick Macklson. Mick Macklson. Mick Macklson. Mick Macklson. Der ist richtig gut. Ja. Mick Macklson. Ja. Unsere erste Runde und ihr habt gewonnen. Mick Macklson. Mit das, Fat Ginger. Dieser Schauspieler. Mick Macklson. Kennst du dich nicht? Der macht bei Rausch mit. Oder Plausch. Plausch. Mick Macklson. Mick Macklson. Mick Macklson. Mick Macklson. Easy F2. Mason Warhammer ist so fucking OP. Tja. Hab ich dir gegeben mit meinem Mason Warhammer Combo. Hä? Weil der andere ist doch selber Warhammer oder nicht? Also kannst du doch in beiden Teams den Dings nehmen. Oh der Verrat im Innenhof. Was geschieht hier? Es ist Verrat im Innenhof geschehen. Eine Vereinbarung. Eine kleine Mauschelei im Innenhof. Kleine Innenhof Mauschelei. Aufwärmen. Hier wärmt sich aber niemand. Oh Mann. What the fuck? Mick Macklson. Mick Macklson in der Plausch. Mockl Macklson. Mockl Macklson. Mockl Macklson. Oh Mann. Mockl Macklson. Der alte Hecht. Der hat ja wirklich einen Bruder. Ich weiß aber nicht wie der heißt. Es gibt noch einen zweiten Micklson. Auch Schauspieler. Ich glaub älter. Mockl Macklson. Mockl Macklson Mixen. Mockl Macklson Mixen. Fight for your life. Oh die Narren. Boxkamp. Boxkamp. Klassische Narrenkeile. Wieso hat der ein Messer? Aua. Narren mit Messer. Der hat ein Buch. Der hat ein Buch. Er hat ein Buch. Wilson versucht auszubrechen. Alter. Der mit dem Buch. Er hat eine Waffe. Das ist nur ein Buch. Sichert das Buch. Mocklson Macklson. Oh hier im Dorfteich. Von unten. Der eine hat ein Buch. Aber ich hab ihn niedergerungen. Ich hab einen. Da hab ich gekloppt. Der eine hat ein Buch und ein Messer. Und hat mich einfach getötet. Ich hab so einen privilegierten Narren. Aristokratenkeile hier. Das ist ein Typ mit einem Besen. Der alte Aristobesen. Guter Arrestobesen. Vollmundige. Vollmundige Barista-Besen. Er ist tot. No, no, no. Ey Leute. Ihr könnt den von hinten. Er ist frei. Warum schlägt ihn niemand? Hätte dich kreis. Jetzt. Ja, danke. Endlich einer. Ey, das gibt's ja nicht. Die waren ja. Was ist mit dir? Was schreis? Oh. Hier. 105. Ja. Ah. Okay. Ich muss mir mal. Jetzt seht der Higgs. Eine Mixen-Bandage muss ich mir mal kurz geben. Du musst ja ganz schnell eine Matzen. Au. Pfeil steckt in meinem Gesicht. Eine Matzen-Mitkelste muss ich mir ganz schnell geben. Die schnell gemattelst, gemixt habe ich. Ich habe Yoko getötet. Yoko, Alter. Oh nein. What will Klaas do? Demo war auch ein Glas. Hab ich nicht. Demo war ein Glas? Jojo und Klaas? Jojo und Klaas? Mit Kegel schrieben. Jojo und Klaas. Die neue Sendung. Ich esse hier oben ein bisschen Truthahn. Alter, der schlägt auf meine Leiche noch ein. Lust auf Truthahn? Er liegt einfach wie lieb. Wieso liegt der gebratener Truthahn rum? Mattelzen Mixen. Und seinen Truthahn. Kann man die Statuen zerstören? Ja. Ja. Die Leute kloppen nämlich hier so voller Hass. Mein Vorgesetzter, die blöde Sau. In der Zeit werde ich getötet. Da, hier, von wegen, Land der Denker und Dichter. Das war Deutschland mal, aber jetzt sind wir Land der Rechtsanwälte und Steuerausrechner. Ich glaube, eine der schlimmsten Erfindungen, also wenn es einen Teufel gibt, dann war das die Rechtsschutzversicherung. Zahle 80 Euro im Monat. Du kannst jedem Frust immer gerichtlich deinen freien Lauf geben. Watson Mikkelsen habe ich weggeholt. Jetzt würde ich gerne so heißen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der Name ist bestimmt schon reserviert. Ja, aber du kannst ja auch Moxen Mittelchen oder so. Moxen Mittelschnitt? Moxen Mittelschnitt. Ups. Schwingen sie den Cucumber-Batsch. Ach was? Wie trifft ihr uns denn? What? Ich habe ja mein eigener Maid getötet. Was war das denn wieder für ein Übermensch? Der Übermensch. Der Überpriester. Du gehst auf, okay? Hat man ja gesagt. Hey, Leute. Hi, Leute. Du gehst auf, okay? Kannst du auf, bitte? Oh, wow. Alles klar. Ihr wollt Stress, ihr wollt Stress, ihr kriegt Stress. Das war ein Thema. Ihr wollt Stress. Wir bekommen Stress. Wir safen hier den Flankier-Tunnel. Das ist eigentlich echt eine gute Strategie gerade. Den Flank-Tunnel deiner Mutter? Der Flankier-Tunnel. Flansch-Tunnel. Und den Flansch-Tunnel. Wie sie aber weggehen, ne? Alter. Da haben viele ihre Unschuld verloren damals im Flansch-Tunnel. Ja, klar. Im Flansch-Flansch. Heute Abend gab es Flansch-Lansch. Heute Abend Flansch-Gelansch. Ja, sehe ich. Du hast doch wieder Haare zwischen den Zähnen. Am Flansch-Lansch. Ich will da Prinzessin-Prinzessin-Haare zwischen den Zähnen kleben. So, guck mal. Jetzt kann ich doch hier mal einen schönen Banner hinstellen. Da freut sich doch die Gemeinde. Ach du, der will Türmen. Oh. Gaum hieß der. Gaum. Das ist kein richtiger Name. Oh, der wird geknuspert. Da muss Max Mixl-Muxl oder so drin vorkommen. Der hat mich sogar noch gelobt. Mux Mandelsen. Max Mandelsen. Max Mandelsen. Kamen da von hinten wieder. Na, komm schon. Weißt du, kämpfen zwei Gentle-Dudes. Da kommt irgendeiner von hinten und wir rein. Gentle. Gentle-Dudes. Jabber, Alter. Jabber erledigt. Boom, boom, boom. Was geht? Was geht? Ich steck fest. Ich kann mich nicht bewegen. Schöner Konter. Von links, rechts. Drei Mann. Drei Mann gegen einen. Drei Mann gegen Kreis. Kreis verteidigt sich. Ja. Und mal ein bisschen Schaden gemacht. Da kommt noch einer mit einer Kiste. Boah, vier Leute haben mich hier in die Ecke getrieben, Alter. Was ist das denn für einer? Ein Box-Rap gemacht. Aber es war Mix-Maxen. Hier, Mr. Maxen. Max Mixen hat mich erledigt. Aufmuxen. Er hat aufgemuxen. Ja, zack. I play the game. Mix da. Schmachs Mandelsen. Ich bin schneller. Ich kämpfe gegen irgend so eine Emanze. Ja, ja, boah, die hat bei mir voll rumgebrüllt die ganze Zeit. Richtig übel. Boah, ich duelliere mich hier mit drei Boxens. Bats Moxen ist hier bei mir. Gibt's doch nicht. Oh. Alter, Leute, ich kann nichts tun. Jetzt brenne ich auch noch. Ich zieh sie ins Feuer, ja. Oh Mann, 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 Mann. Innen gerade volles Duell gehabt. Wir verlieren unseren Vorsprung, weil wir die Statuen nicht mehr haben. Na klar, die waren wichtig. Da unten rechts im Tunnel. Die fiese Sau. Alter, der hat mich... Warte, 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 warte. Oh, wo bist du kreis? Hier, hier, hier. Ich habe ihn gestochen. Dein Schild ist dauernd. Nein, nein, habe ich. Er rennt weg. Der andere ist geflohen. Da kommt noch einer. Oh, da ist die Emanzo. Boah, die dreht durch. Wo ist die Emanzo? Jabba habe ich erledigt. War deine Vertrötung reingejagt? Das hier unten ist grob fahrlässig in diesem Tunnel. Aber ich hole mir mal hier ne neuen Dings. Komm schon. Die Bogen-Schützen hinten wegholen. Ja. So, Banner auf den Hauptplatz gestellt. Und jetzt wieder runter in den Tunnel. Achtung, die Emanze kommt. In den Tunnel. Alter, die kommt straight zu mir hingejockelt. Jetzt rennst du wieder weg. Ich weiß, wie strong ich bin. Hier ist sie. Mansaela. Mikkel Schmidt. Schmigel mit. Mikkel Schmidt. Jabba Pony Mania. Jabba Pony Mania. Oh, Mann. Wo, Alter? Aber komm mal, wenn wir jetzt nur den Kurs behalten, dann kriegen wir sie wieder. Boah, aber die stoßen hier von allen Seiten rein. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Shit. Komm schon. Armbinde. Oh nein. Lieg am Boden. Kommt einer. Vorsicht. Eieieieiei. Hoxie Mini Eierarm. Alter, wie haben wir jetzt 20 Leute verloren so schnell? Keine Ahnung. Die Bogenschützen da unten. We need to be. Boah, wie viele kommen denn da? Alter, aus dem Tunnel. Weißt du so? Andere würden schreiben, stick together oder so. Und er schreibt, we need to be together. Hold my hand. Wir müssen zusammen sein. Guck mal, Fat Ginger ist voll am durchdrehen. Das ist allgemein bekannt. Interessant. Oh Mann. Komm schon. Jetzt flankieren wir sie ein bisschen. Ja, ich hole wieder zwei. Direkt zwei weggeholt. Den Potato-Mann und seinen Kollegen. Mr. Kartoffelmann hatte keine Chance gegen mich. Aber wer trifft mich da? Müllhaufen. Dünnhaufen? Hier ist ein Müllhaufen. Ich habe eine Schaufel. Oh, ich habe wahrscheinlich einen Dünnhaufen. Dünnschaufen hier unten. Alter, Schaufel. Hol dir mal eine Schaufel. Komm, Loki kriegt. Ui, ui, ui. Die haben aber eben gerade... Aber ich habe alles gegeben. Hier, 3000 Points. Ginger is voll sauer jetzt. Ja. Every red hair is a eaten soul. Bin ich schräg. 2,5 Mann. Ich schlag in eigenen. Hier wurde noch einer weggezogen. Hier, die im Manns ist wieder. In der Mitte. Alter, was hat mir... Die Bogenschützen. Diese Bogenschützen gewinnt das Ding. Ratte. Ratte Kind. Da hinten. Ratte Kind. Bogenschützen haben es gewonnen. Ohne Kack. Haben wir überhaupt Bogenschütze auf unserer Seite? Nicht einen, klar. Doch, hier, ein Bogenschütze haben wir. Die haben da fünf Bogenschützen oder mehr. Und die haben alles... Alles weggeschutet. Ich habe leider nur hier am Rand noch einen erwischt. Jo, ein Win. Eine Niederlage. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Immer schön Jabba bleiben. Und vergesst nicht, wenn ihr ein Ginger sein solltet, geht nicht in die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.